Ja, hallo, wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen im Atelier 47 in Ladenburg. Es ist der erste Gig unserer Release-Tour und wir werden ab heute unsere brandneue CD Duologics, Klaus Besser-Ferrari und Thomas Siffling vorstellen. Ja, und wir freuen uns natürlich, speziell hier zu sein. Das ist ein sehr spezieller Platz für mich in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, es wird ein sehr schönes, intimes Konzert. Man riecht den Fußschweiß der Leute in der ersten Reihe und wir versprechen uns einfach spezielle Inspirationen. Wir hoffen, dass wir alle geduscht haben. Genau, das ist was, fünf Minuten was nützen wird, aber ansonsten. Ja, viel Spaß. Ja, ich schließe mich an. 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 Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.